Was geht, Freunde der Theorien? Willkommen zurück in meinem Kanal zu Dragon Ball Legends und wir sollten endlich mal darüber sprechen, was als nächstes kommen wird. Das Anniversary ist fast vorbei oder eigentlich ist es technisch gesehen schon vorbei. Der letzte Raid läuft, denn ein neuer Charakter wird jetzt nicht mehr kommen, aber es kommen natürlich generell noch neue Charaktere rum. Wir können mal kurz zusammenfassen, was vor kurzem passiert ist. Ich habe sogar einen Charakter hier vergessen einzufügen, den ich noch mit einfügen wollte. Was haben wir bekommen und worauf deutet das als nächstes hin? Ich habe ja eigentlich gedacht, dass Dragon Ball Legends fürs Anniversary noch etwas kreativ wird. Alle haben vermutet Vegetto. Ich habe dafür keine Anzeichen gesehen, außer dass Majo Vegetta halt aus der Buu-Saga ist. Sonst gab es für mich null Anzeichen. Wir haben jetzt aber wieder einige Charaktere bekommen und ich könnte mir auch vorstellen, dass demnächst einige Charaktere in Senkai bekommen. Fangen wir mal an damit, dass Piccolo seinen Senkai bekommen hat. Eigentlich macht es so gar keinen Sinn, weil wir haben nichts aus der Saiyajin-Saga bekommen, wie ich im ersten Moment gedacht hätte, wo es vielleicht hinaus drauf laufen könnte. Sondern wir haben halt was aus der Buu-Saga bekommen. Und Buu ist halt Regen. Dazu kam dann noch der Buu hier, der dann halt sein Platin-Equip bekommen hat. Und wir haben Vegetto, der halt zwar nicht Buu-Saga bufft, aber auf dem Anführerplatz in einem Buu-Saga-Team gespielt werden könnte. Wenn man dann jetzt noch guckt, was kam jetzt noch? Es kam ganz plötzlich ein Mystic Goan Senkai, der zwar nur Hybrid und Son von mir bufft, aber im Grundwesentlichen ist er halt auch aus der Buu-Saga. Und auch der Vegeta, der Vegeta in dem Fall hatte glaube ich sogar eine Z-Fähigkeit, die Buu-Saga buff. Genau, Majin Buu-Saga Z. Und ich denke mal, dass es vielleicht so in diese Richtung gehen könnte. Was könnte denn jetzt kommen? Also meiner Meinung nach verdient, hätte es auf jeden Fall ein Mystic Goan endlich mal ein LF zu bekommen. Weil der hat irgendwie so... Ja, der hat diesen einen Goan bekommen und dann war er vorbei. Also da kam nicht mehr viel. Auch könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der dicke Buu jetzt mal ein LF bekommt. Weil ich finde, in Dragon Ball Kakarot zum Beispiel hat er eine krasse Performance abgelegt. Und ich könnte mir hier durchaus vorstellen, dass dieser Buu vielleicht ein Revive bekommt. Weil theoretisch würde es Sinn machen, weil der Vegeta killt ja Endurance. Nachdem er sich in die Luft jagt, war Buu quasi in Stücke zerfetzt, hat sich aber wieder zusammengesetzt. Weswegen dann Endurance eigentlich rein story-technisch diesmal keinen Sinn machen würde. Auch wäre es nicht schlecht, vielleicht nicht unbedingt als LF, aber als Sparking. Ein Dabra-Barbidi-Assist wäre auch eine nice Sache. Als Minions würde ich mir halt eher, anstatt diese Freezer-Saga-Charaktere jetzt, die noch kommen werden, halt hier Spopovich und die ganzen... Ich habe keine Ahnung, wie die anderen Viecher nochmal hießen. Die waren irgendwie komplett unwichtig. Würde ich mir die mal wünschen. Auch könnte ich mir vorstellen, als LF in dem Fall. LF Gotenks mit seiner Super Ghost Kamikaze Attack. Wäre auch nicht ausgeschlossen. Bevor jetzt alle schreien, äh, der hat doch niemand damit besiegt. Digi, das haben alle anderen auch nicht. Also von daher, Wayne, es ist halt eine epische Attacke. Es ist ein cooler Charakter. Why not? Auch, äh, wäre es nicht ausgeschlossen, weil Buu ist halt vielseitig. Wir haben halt den Super Buu, der theoretisch einen LF bekommen kann, weil, ja, der hat halt der ganzen Welt einen LF gegeben, wenn man so will. Wir haben halt auch den Buuhan, der gegen Vegetto gekämpft hat. Auch der, ja, ich weiß nicht, ob der in irgendeiner Form einen epischen Angriff hatte, aber er könnte zumindest eine neue Form kriegen. Oder einen Senkai, wobei ich einen Senkai jetzt nicht ganz so geil fände, weil dann wäre irgendwie Rege mittlerweile Mono Green. Weil wir hätten dann den Piccolo, wir hätten den, ähm, Buu. Dann hätten wir noch diesen Buu. Wäre jetzt nicht so unbedingt mein Favorite. Ich wäre dann eher für, ähm, den Super Buu. Allerdings, auch da wären wir mittlerweile in einem Gefilde, wo halt auch mehrere Senkai Buffs da sind. Die müssten einfach endlich mal die Senkai Buffs ändern. Nicht immer Mono Color und, äh, Tech, sondern irgendwie anders aufteilen. Das, ich finde eigentlich Senkai nur noch ultra nervig, weil die immer sehr nervige Charaktere buffen und selber meistens unnütze sind. Auch der rote Buu wäre theoretisch ein, ähm, Kandidat dafür, halt, äh, einen Senkai zu bekommen. Wo ich mir aber ziemlich sicher bin, dass er demnächst einen Senkai bekommt, weil das jetzt der älteste Charakter ist, den wir im Spiel haben, ist Majin Vegeta. Majin Vegeta hat auch schon sein Platin-Equip, hat sogar im Verhältnis gar nicht mal so schlechte Stats mit einem Senkai, denke ich mal. Mal dürfte er auf sieben Sterne schon auf 270.000 kommen. Die Frage ist halt, das nächste Banner wird garantiert ihn mit beinhalten, was da noch drin sein wird. Ich denke mal, LF Buu wahrscheinlich nicht, weil den hatten wir jetzt erst, äh, im, ähm, Vegetto-Banner. Deswegen habe ich den überhaupt so hoch. Das ist halt die Frage, was als nächstes kommt. Auch könnte ich mir, äh, oder würde ich mir zumindest wünschen, dass der Free-to-Play-Vegetto auch einen Senkai bekommt, weil er hätte Fusion vielleicht einen einigermaßen soliden Roten und der stört ja eh nicht in dem Team. Von daher wäre das gar nicht so schlecht, wenn der auch einen Senkai bekommen würde. Ähm, ja, ansonsten bleibt eigentlich nicht mehr viel. Der Angel Vegeta ist mittlerweile auch sehr schlecht geworden. Auch da würde ich mir einen Senkai wünschen. Aber bei ihm würde vielleicht auch eine halbwegs vernünftige Ausrüstung reichen, die so ein bisschen defensiv ist. Und vielleicht nochmal die Stärken erfolgt. Vielleicht kommt irgendeine Ausrüstung Buu-Saga nochmal. Also nicht speziell ein Platine-Equip, weil das haben wir ja schon. Aber so eine erwachte Ausrüstung, die speziell für Buu-Saga-Charaktere ist. Oder, ähm, vielleicht kriegen wir auch ein bisschen Vegeta-Familie-Support. Weil wir haben ja noch den kleinen Trunks hier, der theoretisch, äh, was haben könnte. Wir könnten auch ein Duo kriegen aus Goten und Trunks. Fände ich jetzt auch nicht schlecht in dem Fall. Ähm, auch ein Super Saiyajin 2 Goku, also quasi so einer hier. Würde mich schon freuen, wenn der nochmal irgendwie einen Highlight-Moment kriegt. Also die Buu-Saga hat extremst viel Potenzial, halt interessant zu werden, weil viele interessante Charaktere da drin sind. Es könnte auch ein Super Saiyajin 2 kommen, der sich halt in Super Saiyajin 3 transformiert. Ähnlich wie beim Gotenks, äh, von Goku aus, der auch noch Kämpfer des Jenseits ist. Auch das würde ich nicht ausschließen. Also da ist ganz, ganz viel Potenzial, halt richtig coole Fighter rauszubringen. Und ich finde das irgendwie komisch, dass die die ganze Zeit noch kein, ähm, Buu-Saga-Team gemacht haben. Weil es sind einfach mega viele Charaktere darin vorgekommen. Goten, Trunks, Gotenks, Super Saiyajin 3 Gotenks zähle ich jetzt mal separat. Wir haben dann noch Majin Vegeta. Gut, der hat schon LF. Den brauchen wir also in dem Fall so in dieser Form nicht, würde ich behaupten. Dann haben wir Super Saiyajin 2 Goku, der sich in den Dreifachen transformiert. Vegetto haben wir jetzt eigentlich auch schon, brauchen wir auch nicht nochmal. Wäre jetzt irgendwie Quatsch. Höchstens, äh, alte Senkais. Ähm, dann hörten wir theoretisch auch noch den, ähm, ich weiß nicht mehr wie der Charakter hieß, wo Goten und Trunks sich bei den Turnieren übereinandergesetzt haben und diese Maske aufgesetzt haben. Irgendwas mit Mask. Ähm, wir hörten den Gohan noch, also quasi den Great Saiyaman mit, ähm, der, der hatte doch so, genau, der hatte doch die Brille auf und so ein Kopftuch. Den haben wir so in dieser Form, glaube ich, auch noch nicht. Weil wenn ich hier durchgucke, wir haben zwar einen Great Saiyaman, aber nicht diesen Great Saiyaman. Auch würde sich anbieten, dass der Legends Road Gohan auch endlich mal einen Senkai bekommt. Ähm, ja, es wäre auf jeden Fall eine ganze, ganze, ganze Menge da. Was man hier machen könnte, wo man noch Charaktere rausholen könnte, die unik sind, die wir so noch nicht haben. Meine Frage an euch ist jetzt, was meint ihr dazu, ähm, wie seht ihr das? Würdet ihr euch über Senkai Majin Begeta freuen? Senkai, ähm, Rot Begetto? Wie findet ihr die aktuellen Charaktere? Wie befindet ihr ein Bu-Saga-Team? Schreibt mir gerne alles in die Kommentare. Schaut heute auch gerne mal in meine, ähm, Shorts rein. Ich denke mal, ich werde ein paar Shorts hochgeladen haben. Und seid auch gerne Sonntag wieder dabei bei Killing Byte Sunday Live. Und nehmt an den scheiß beiden Umfragen teil. Denn ich habe einmal gefragt, wie ihr Live Alive findet und welches Spiel ihr als nächstes sehen würdet. 60% von leider nur 158 Stimmen haben für Naruto gestimmt. Also geht bitte nochmal, äh, auf die Umfrage und stimmt ab, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Von meiner Seite aus war's das. Ich wünsche euch erstmal ein schönes Wochenende. Bis dann und ciao. Hat Spaß gemacht mit dir, auch wenn unsere Zeit ziemlich kurz war. Denn jeder, der es wagt, den Frieden zu zerstören, wird von hier fort gejagt, kriegt deine Kraft zu spüren. In dir brennt ein Feuer, die Power der Dragon Balls.